so was okay ja hey leute da müssen herzlich willkommen hier zu einem neuen projekt wir sind jetzt also ein neues projekt von mir ist city life season 2 heißt also es gab bei mir schon city life season 1 ja ich habe das mit flo geplant und im ts sind gerade noch zwei leute jetzt einmal der lukas und einmal der marcel hallo und wir können jetzt auf den server gehen die rei obwohl ich auf dem sporthaus stehe ja seid ihr gerade ich bin was ich bin blau und da oben in der liste bin ich blau also es gibt zwei teams team 1 hier das ist unser team geht auf die kanäle abonniert sie alles noch in der beschreibung verlinkt und das ist team 2 ja ich versuch es in der beschreibung zu verlegen ich brauche die links erstmal ich auch nicht flo wollte sie mir schicken und das ist team rot wir sind hier blau ok und jetzt gehen wir zu unserem zu unser anfangspunkt folgt mir einfach ich weiß ich gerade merke mit dem bäder von den schmort buchen ja die blätter so von den bäumen und man kann sich überhaupt nicht orientieren mehr bei bäumen in der nähe was da noch was löschen jetzt haben wir schon diamantten oh kacke geiße oh man da müssen wir jetzt aber ganz schnell die haben aber auch schon eine folge aufgenommen ernsthaft immer wenn ich den chat öffne mute ich mein mikrofon ernsthaft ob er ist gestorben gratulation mann wir klatschen gerade die ganze plätze hoffen wir mal dass er der der war der die diamanten gefunden hat ne ich glaube nicht ne scheiße es wird dunkel aber ich nehme es wirklich auf bei fraps ist doch an der roten zahl es wird die rote zahl ausgeschaltet oh 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 zombie und es leckt gerade übel bei mir ich weiß nicht wieso obwohl ich auf die feine zähle es wird dunkel und ich sehe schon wieder nichts ja ich hab schon zum wesen spielen gehört das ist echt unschön warum hast du dich werfen wasser frag mich nicht die habe ich noch im inventar oh gott ich sehe gar nichts mehr also ich versuch's einfach den ich hab die mal noch falls wir angegriffen werden ich versuch's einfach der gelben oder soll ich die wegwerfen können hoffe dass ich irgendwie ankomme ist es da oben ein schaf oder der Turm geht der jetzt gerade gar nicht wieso wegwerst du neun ich sehe nichts mehr ich sehe nichts ich verhungrer unser Turm ist da ach ich sehe ihn es ist ein Licht zufällig ich weiß die Schade ist außen sorry Leute was soll ich mit den Werkzeugen und Waffen machen die ich hier noch hab ich will mal eben rein und wir sind im Start schon gibt's da auch Essen im Startkit drin nein ich hab' noch irgendwelchen Kram da drin da fuck Glowstone, Staub, Erde, Eichensetzlinge warum hast du... WOND ich mach das mal hier rein den ganzen Kram so alter oh god sorry Leute dass ich die Shader ausschalten musste aber ich sehe überhaupt nichts mit Shadern drin fuck mir fehlt noch ein Herz und ich hab Hunger scheiße mir fehlen drei Herzen und ich hab' Hunger Scheiß drauf oh Gott er hat dein Schwert ich will nicht sterben naaaah Mami ich wieso mein Minecraft gerade so leckt äh vollgefressen Ramm vollgefressen das hab' ich manchmal also ich sprich nein ich sprich nicht drumherum und hauen also hier ist jetzt die Wunderkiste okay Leute gehen wir erstmal runter und holen Holz ja komm hier um den Turm herum unsere Stadt ähm ja ja Gott warum hab ich jetzt schon den Erfolg dreimal auf Holz geklopft keine Ahnung nachdem ich nur ein Baumstimm abgebaut hab wobei das mit Chiefment steht dass ich theoretisch drei Baumstimm abbauen müsste Prozent Hecker wir sind OP Sie haben Diamanten wir haben Holz oh ich hab grad vergessen den Timer anzumachen aber ja gut wir haben 19 Uhr 2,3 ungefähr angefangen vier Minuten ja jetzt haben wir noch zwölf Minuten Acker ist einfach so aber bei mir steht vier Minuten ich hab eine Axt die könnte dich töten ach Gott ja und ab jetzt dürfen wir alle nicht mehr auf der Saver ohne Aufnahme ja ok wie viele ähm wollen wir machen? wie viele Folgen? ähm also ich würde drei Folgen in Folge aufnehmen jetzt ich hab Zeit das passt ich hab jetzt auch noch mal Zeit und ich ba... habt ihr alle noch Steinwerkzeuge? nö nein die hab ich grade in die Kiste also ich... ich könnte sie noch holen nimm die doch da raus gut ich hab meine irgendwie am zweiten Tag als ich von Himmel gefallen bin weil ich... also Flymoot war im Himmel im Wort ja ich ähm... als ich mir die Web angeschaut einmal kurz bin ich dann irgendwie runtergelieft der Flymoot hat sich automatisch resettet und ich bin runtergefallen vom Himmel super ich baue schon mal hier unten einen kleinen Weg ich baue schon mal ne Mine ja ich versuche über 32 Holz zu fitnen nach ich verhungere danach geh ich so wie immer auf Schweinejagd und... oh gerne also wir... wir bräuchten als Anlass erstmal ein bisschen Stein Steinwerkzeug und Ofen um dann Holzkohle zu machen nee was? auch ein bisschen was ach ja sorry wegen den Lacks eben am Anfang wo? ok hier ähm wenn du genug Stein hast für den Ofen stellst du irgendwo hin dass ich dann da irgendwie später Holzkohle machen kann ich mach hier mal ein Crafting Tailor da haben wir schon einen schlaffi schlaffi schlafen wie soll ich denn schlafen diese Hölle soll ich schlafen wir sind seit ungefähr zwei Minuten auf dem Server drauf Magic oder so keine Ahnung durch die Magie wir müssen noch an bei der dritten Folge halt warten weil dann ist auch noch Margetto und dann hab ich mit dabei ja genug mhm so jetzt hab ich ein Schwert und gehe auf Nahrung suchen oh scheiße ich hab kann nicht mehr sprinten dann bleib lieber in der Base ja ich hab doch ein bisschen was zu essen also ich hab noch drei Hungerbalken bis ich nicht mehr sprinten kann oh Spinne oh Gott bleib weg bleib mir vom Leib ha 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 stirb Spinne Marcel möchtest du Spinnenaugen essen? no oh kein Interesse ich hab kein einziges Mal Schaden zugefügt die machen nur noch kaputt hollte Skelette scharf droppt noch keine Hammelkoil nur so ne das ist später in der Mitte des Feature zombie ah äh geht auch Rottenflash ne im Ernst das ist ne Hexe Rottenflash geht ja oh Junge bitte sterb jetzt nicht sofort ich bin gerade schon halb am abnippeln scheiße das sind Creeper überall oh Gott ich sterb gerade durch Vergiftung ja ich sterbe ich baue mich ein sterb nicht ich baue mich jetzt ein sonst war's das jetzt schon mit der ersten Folge für dich ich hab ein halbes Herz oh weia und kein Essen wahrscheinlich ne scheiße und bei mir gerade ein Leck oh hier ist Kohle das ist so bescheuert ich hab mich jetzt eingebuddelt ich baue mal die Kohle ab hier ich hab ein halbes Herz und kein Essen wegen der scheiß Hexe die mir das erste gegenbekommen oh scheiße jetzt sagt mir wenn Tag ist und wird jetzt eine sehr spannende Folge so Creeper nein Skelett nein 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 Creeper explodier einfach und kill dieses verkackte Skelett oh scheiße nein ich hab grad ein akutes Problem ist oben ich hab ein Level ist der gerade außerhalb von der Base äh ich steh direkt nebendran hab noch eine Keule und ein halbes Leben geben oh oh das heißt dieses Ding ist ein Sofieersatz bei mir auch gut oh ey gibts hier Verhungerungsschaden also kann man verhungern also nicht also ich hab noch eine Keule und vor mir ist ein Zom äh ein Skelett von der Tür ich hab noch ein halbes Herz und ich stehe irgendwo warte ich töte das ich töte das mitten irgendwo wo du rufen wo ist die 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 ich hab einen Bogen toll und ein Pfeil wir machen hier oben erstmal ein paar Sachen hin ich versuche mal irgendwie einen Ausblick nach oben zu bekommen scheiße Hallbe Keule äh Wollen wir irgendwann noch eine Kiste hinmachen? Ich mach erstmal hier ein paar Anfangs-Sachen hin Ähm... Jetzt hab ich zumindest ein bisschen Licht hier drin, ne? Die Frage ist, wie komm ich jetzt zurück zum Spawn, ohne zu sterben? Da unten war ein Schaf, ich hab mich voll erschreckt So, Kohle, Holz Ich hab ein paar Fakkel, Kohle, Hobbel, Knochen Okay, da geht das jetzt auf Essensjagd? Weiß ich nicht, ich wäre alles cool, wenn mir jemand irgendwie da Essen holt Äh, ich hab ne halbe Keule und akute Probleme, Scheiße Was für Effekte macht ein Spinnenaugen denn genau? Äh, Vergiftung, glaub ich, das war übelst Ja, gut, Vergiftung macht das für mir keinen Schaden Das ist jetzt ja auch scheißegal, ich hab 30 Sekunden in die Vergiftung ab durch die Hexe Oh, Scheiße Super Und, wir sind Zombie Ich schreibe jetzt einfach die Koordinaten gleich mal auf Gute Idee Wollt man das müde schon von den Koordinaten Damit ich, falls ich jetzt sterben sollte, zumindest weiß wo ich war Ich hoffe mal, man kann nicht verhungern, das wäre uncool Ja, ich hab drei Hungerbald immer noch Vom bisschen nicht Tag Es wird Tag gerade Ähm, sag mir für die anfangen zu verbrennen Das, dass ich mich wieder rauswagen kann Sterben noch Hexen bei Tag? Alles nicht Das war das Beste, das wir passieren konnten, als allererstes eine Hexe geliebt Scheiße Die mich nur ein einziges Mal abwirft und dann tut Also, jetzt ist hell, jetzt muss ich mal kurz gucken, da hinten mal nämlich ein Zombie Ich bin kein Schweine Ich glaube, die sind am Verrecken jetzt Ich bin da? LOL, da oben steht ein Zombie auf der Base Hallo Hallo Leute, ich bin keine Schweine Jetzt brennt der Zaum, jetzt kannst du rauskommen Äh, erst wenn er ganz tot ist Und die Skelette auch Ich hör die ganze Zeit irgendwas über mich drüber laufen nämlich noch Okay Könnte auch ein Creeper sein wahrscheinlich Das ist ein Creeper dann Ich hab ne Kuh gefunden, soll ich die töten? Ja, Opholo kommt schon wieder Die Frage ist jetzt nur, wie ich überlebe hier, ohne gleich zu sterben Okay, ich muss das Fleisch essen, jetzt bin ich auf dem Kopf Haben wir irgendwie genug Essen, dass ich mein ganzes Leben regenerieren könnte? Wir haben gar kein Essen Das ist doof Ich hab grad nur aus Notfall das eine Kuh Ding gegessen und es wäre verreckt Okay, ich versuche jetzt rauszukommen Wir hätten Essen beim Starterkit dazulegen sollen Hm Oh Gott Okay, da ist ein Creeper, aber ich lebe Ich lebe Oh gut, ich hatte roten Fleisch und hab's gegessen und war nicht vergiftet Und das ist manchmal sehr hilfreich Okay Ich versuche jetzt irgendwie zurückzukommen zum Turm Oh, wann, hallo? Ich bin so gut grad lebensgefährdet Oh Gott Ich hör überall Gegner Komm schon Das ist immer am Anfang solchen Projekten Ich sie ernarren Marcel Möchtest du mich irgendwie Äh, hier? Oh Gott Schnell Waffe weg Ich hab nichts Ich hab immer noch ein halbes Herz Eskorte Ich darf keinen Fallschaden bekommen Boah, seh ich die voll nicht geschafft Hahaha Ich bin dafür, dass ich ein bisschen durch Meilen gehe Ich bin grade schon Meilen Washer möchtest du irgendwie Essen suchen? Ja, das hatte ich vor grade In die Richtung hab ich nichts gefunden Mir fällt auf, dass ich im Kreis gelaufen bin Hat irgendwer von euch Cupstone schon ein bisschen? Ja, liegt in der Kiste Kiste Der Base Ach, komm, kann er nicht irgendwo eine Kuh sein, damit ich mich wenigstens zum Essen so ein bisschen hochheilen kann? Äh, falsche Kiste? Ach, dann, Kiste Cupstone Oh, mein Spitz hat jetzt kaputt, aber ich hab noch eine neue dabei So Nein, halbe Keule, Scheiße Essen Komm, ich guck mal wie lange haben wir das? Ich baue Gras ab für Weizen Wir haben noch zwei Minuten Mhm Ja So, jetzt hab ich zumindest Ich hab 22 Erde grade bei meinem Ich hab ein, zwei, sieh's Sieh's, zwei, sieh's Für Weizen Oh, ha, 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 ha Lass mich leben Äh, das Schaf hat grad die Farb Das Schaf ist im Boden gebackt und hat die Farbe von Weiß auf Schwarz geändert Ja, so machen Schafe das Natürlich So, ich gucke mal, dass ich hier wieder wegkomme Ich verhungere Ich verhungere Das war jetzt bei mir eine sehr produktiv und spannende Folge Ich verhungere Ich verhungere Ja, du bekommst wahrscheinlich nicht mehr als fünf, äh, äh, Herzenschaden Normalerweise Es wäre gut Also, ich nehme an, dass es hier nicht auf hart ist, oder? Nein, es ist easy Ja, dann bekommst du nicht mehr als fünf Herzen Das ist gut Ich hab aber nur viereinhalb Äh, kriegst du immer noch Schaden? Ich krieg grad überhaupt keinen Schaden mehr Achso Nee, dann ist weg Musstest du eigentlich meine Koordinaten ausblenden? Ich weiß nicht Weiß nicht Ah Da kann ich nicht runterspringen Ah, so, ein paar Seeds Bin grad auf Höhe 17 Ja Oh, ich hab Gold gefunden Also, hier ist direkt Gold in dem Gang Wollen wir ein Feld machen für Weizen, oder? Mach ein Feld Nein, Lava, ich bin tot 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 Nein Okay, dann geh ich da unten auch besser nicht hin Das ist dann auch doof Okay, ich mach das Feld am besten gleich hier Nein Ich kann nichts machen, weil ich kein Essen hab Äh, weil sie in der ersten Folge gestorben Awww Aber ich nehme gleich trotzdem noch einen auf Ne, ich darf in vielen zu nicht vermuten auf dem Server Nein Der für den Tag nicht auf dem Server Der für den Tag nicht auf dem Server Der für den Tag nicht auf dem Server Das hieße ich Oh, nee, hab ich Kein Zombie-Spawn Oh, hallo Das Leben Gib mir Essen Oh, das ist cool Ich hab mir immer auch kein Essen, denn ich bin jetzt auch völlig Scharf stirbt Ich bin jetzt gerade wütend Ich bin gestorben Warum? Nee Einer Einer Also Die, äh Die Stats unseres Teams Einer ist schon tot Und der andere ist kurz schon aufgegriffen Und der andere hat schon nen Tod Ja Ja Ich seh keine Tiere Sprich, ich kann gar nichts machen Ja, super, ihr habt noch 15 Sekunden, dann müsst ihr vom Server Oh, ja Bei dir ist schon 16, okay, ich würd sagen, ich geh vom Server Ja Ich würd sagen, ihr lieben ja Ja Juhu Verdammt, 16 Minuten Ich muss noch mitbaut produzieren Ja, wir haben ja noch nicht angefangen War eine sehr produktive Runde Ja Ja Ich freu mich auch trotzdem Soweit ich mir ein bisschen Essen hab und wir lieben Auf den nächsten Runden, bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss